hallo ihr lieben willkommen zu einer neuen episode aus dem live von den berghasen wir sind jetzt gerade auf dem weg richtung schneipstein wir wollen heute die kleine reiben gehen die susi läuft da vorne schon und wir sind jetzt gerade bei der königsbachalm das heißt wir haben die ersten 500 höhenmeter schon hinter uns und wir hoffen dass wir jetzt bald da hochkommen in die sonne und ja das wird richtig fein so 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 jetzt gerade vom schneipstein runter gefahren in richtung fackstein gequert und haben uns jetzt spontan entschieden dass wir den noch mitnehmen der gehört eigentlich nicht zur kleine reiben aber das wetter ist einfach so schön und ja es ist so schön und wir brauchen vielleicht noch ein paar höhenmeter oder so weil sonst ist der max nicht ausgelastet weil ohne 5 unter 5000 höhenmeter geht bei dem gar nichts deshalb machen wir das jetzt noch die susi fällt da schon mal auf und wir sind jetzt am fackstein und wir sind jetzt auf die roßfelder und derzeit geht es dann runter ins tal und wir sind jetzt noch mal aufgefeilt und gehen jetzt noch die letzten meter rüber zum skigebiet zur mittelstation damit wir dann über die piste runter fahren können weil königsbache runter hat es gerade im unteren teil nicht genug schnee und genau da wollen wir dann nicht mit dem flug durchbrettern girls glasen ja gut И Bis zum nächsten Mal.